Servus, Grüß Gott und Hallo bei Fitness Update. Mein Name ist Peter Burianek, Personal Trainer, Online-Coach und Motivator und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, in der ich dir in vier Minuten mindestens eine Übung erkläre, die du überall und jederzeit durchführen kannst. Heute geht es um Knieschmerzen. Viele, viele haben Knieschmerzen. Wenn auch du darunter leidest, kann ich dir mit diesem Video helfen. Und Knieschmerzen kannst du haben, wenn du stiegen steigst, wenn du normal läufst oder auch wenn du Kniebeugen machst, wenn du schwere Einheiten im Fitnessstudio durchführst. Jetzt ist einmal vorweg ein Test notwendig, wo ich sage, okay, der Pinching-Test, der Einklemm-Test, wenn du dein Knie wirklich so weit wie möglich zum Brustkorb her ziehst und du spürst hier drinnen eine Spannung, als wäre etwas dazwischen, dann hast du hier schon eine Verkürzung, eine Einklemmung des Beckens. Das probierst du am besten mit beiden Seiten aus und wenn das der Fall ist, dann kann man sagen, okay, da kann man daran arbeiten, weil oft liegen Knieschmerzen nicht am Knie die Ursache, sondern an der Innenrotation des Beckens. Das heißt, Innenrotation, wenn du hier den Fuß nach außen drehst, nach innen rotierst, dann kann das sehr wohl mit Knieschmerzen zu tun haben. Und mit dieser Übung kriegst du das in den Griff. Und zwar legen wir uns auf die Bauchlage. Wir begeben uns in die Bauchlage. Und jetzt hebst du ein Bein, ich mache es mit dem Rechten. So weit wie möglich ziehst du das nach oben zum Oberkörper. Und wenn du das ganz nach oben gezogen hast zur Seite, dann schiebst du es nochmal auf die Seite, dass du mit dem Becken sehr nah am Boden bist hier, soweit es geht. Und jetzt riechtest du dich vorne wie mit Push-Ups, mit Liegestütz auf. So, jetzt muss man sagen, je näher du mit den Händen hinten bist, umso schwieriger wird es, weil du natürlich aufrechter bist, je weiter du vorne bist, umso leichter ist es. Du richtest dich auf, spürst hier extrem die Spannung in den Adduktoren, auf der Hüfte. Und jetzt machst du hier eine Drehung. Du gehst mit dem die Adduktoren-Dehnung. Was verdammt wichtig und gut ist für den Knie. Gerne auch in die andere Richtung. Immer wieder ausatmen und hochdrücken. Das ist eine wirklich fantastische Übung, um eben deine Hüfte zu öffnen, um die Innenrotation zu stärken, um deine Knie-Schmerzen zu besiegen. Weil dann bist du wieder fähig, mobiler im Leben herumzugehen. So, das war's schon. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf YouTube, auf meinem Kanal Coach Peter Burianik in den Kommentaren schreibst, wie dir diese Übung gefällt und vor allem auch, wie sie dir geholfen hat. Und wenn dir das gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen und ebenso ein Abo. Weil ich zeige nicht nur in meinen Fitness-Update-Videos auf YouTube eine Übung ohne zusätzlichen Gewicht. Nein, ich zeige dir auch im Fitnessstudio viele Übungen. Ich zeige dir in einem Podcast, was du verbessern kannst mit der Ernährung und so weiter. Also es gibt vieles zu entdecken, deswegen schau vorbei und lass deinen Senf da. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.